Kapitel 20 Das Tier mit den Zehnhörnern und den Siebenhäuptern In Offenbarung 13 und 17 ist die Rede von einem Tier mit Zehnhörnern und Siebenhäuptern. Interessant ist, dass einmal die Zehnhörner und einmal die Siebenhäupter Kronen tragen. In Offenbarung 13 Vers 1 steht Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und in Offenbarung 12 Vers 3 steht Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Es sieht also so aus, als ob die Macht von den Zehnhörnern auf die sieben Häupter wechseln wird. Und das sagt die Bibel auch. Offenbarung 17 Vers 12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht empfangen mit dem Tier. Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. Zunächst herrschen also die zehn Hörner. Sie geben aber ihre Macht ab an das Tier mit den sieben Häuptern. Und ab dann trägt das Tier sieben Kronen auf seinen Häuptern. Dazu folgende Gedanken. Das Tier, der Antichrist, das kleine Horn, herrscht 42 Monate lang. Offenbarung 13 Vers 5 Das Tier lästert also Gott und seine Wohnung, nämlich die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Er wird streiten mit den wiedergeborenen Heiligen in der Stadt und wird sie töten. Offenbarung 13 Vers 6 Das bedeutet, er greift Jerusalem an, erobert Jerusalem, tötet die beiden Zeugen und setzt sich in diesen geistlichen Tempel hinein, und gibt sich aus, er sei Gott. Der Tod der beiden Zeugen wird aber erst in der Mitte der Jahrwoche sein. Daher kann die Herrschaft des Tieres mit einer Dauer von 42 Monaten nur in der zweiten Hälfte der Jahrwoche stattfinden. Der Antichrist, versinnbildlich durch die sieben Häupter, übernimmt also die Macht von den zehn Hörnern und wird 42 Monate herrschen bis zur Wiederkunft Christi. Er herrscht dann für 42 Monate in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Das ist es, was Offenbarung 13 sagt. Dennoch geht der Antichrist für ganze sieben Jahre einen Bund mit den vielen ein. Daniel 9 Vers 27 Er, der Antichrist, wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt, für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund mit den vielen schließen. In der Zusammenschau aller dieser Informationen wird deutlich, dass der Antichrist zwar sieben Jahre im Bündnis mit Israel ist, aber erst in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche die Macht im Bündnis übernimmt. Das würde bedeuten, dass er den Bund nicht aus einer politisch starken, sondern aus einer politisch schwachen Situation mit Israel eingeht. In Daniel 7 und Daniel 8 wird der Antichrist als ein kleines Horn bezeichnet, aber er wächst schneller als die Hörner neben ihm. Zu Beginn seiner Herrschaft muss er einen Bund mit den vielen schließen, nämlich mit dem abgefallenen Norden Israels. Er schließt sich ihnen zunächst als kleines Horn, also als eine politisch noch schwache Macht an, denn er herrscht noch nicht, wächst dann aber schneller als die anderen, übernimmt in der Mitte der 70. Jahrwoche von ihnen die Macht und herrscht dann die 42 Monate bis zum Ende der letzten Jahrwoche. Diese Sicht ist neu, da bislang immer davon ausgegangen wurde, dass der Antichrist beim Schließen des Bundes stärker sei als sein Bündnispartner Israel. Oben wurde bereits kurz über den Bund mit den vielen nachgedacht. Auch diese Formulierung die vielen oder die Volksmenge kann jetzt genauer definiert werden. Es handelt sich um den Norden Israels, der unter der Führung der Dekapolis, der Zehn Hörner steht. Wenn sich Israel, die Volksmenge, und die Dekapolis, die Zehn Hörner, mit Damaskus, den sieben Häuptern, in ein Bündnis begeben haben, entsteht ein Konstrukt, das die Offenbarung als ein Tier mit sieben Häuptern und zehn Hörnern beschreibt. Sie geht nicht im Detail darauf ein, dass hierzu auch das von Judah und Jerusalem abgetrennte nördliche Israel gehört. Dieses Detail erschließt sich erst bei tieferer Beschäftigung mit dem Thema und den zugehörigen Bibeltexten. Aber die Schrift bezeugt deutlich, dass der moderne Staat Israel in der Endzeit in zwei Teile zerbrechen wird und der nördliche Teil einen Bund mit dem Antichristen eingeht. Das Auseinanderbrechen Israels ist das erste Zeichen, auf das wir achten sollen, denn es kündigt die baldige Wiedergeburt Jerusalems an und damit den Beginn der letzten 70. Jahrwoche. Dann wird es nur noch sieben Jahre dauern, bis Christus wiederkommt und wir mit ihm vereint werden, so wie Paulus in 2. Thessalonischer 2, Vers 1 schreibt. Das Auseinanderbrechen 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 Vielen Dank.